Ich war auf dem 3D Printopia Event in Bel Air, Maryland und habe mir die 3D-Druckprojekte aus der Community angesehen. Von winzigen Fließbanddruckern hin zu einem riesigen Multitool-Polardrucker und einem Open-Source-MSLA-Drucker mit intelligenten Features. In diesem Video zeige ich euch sechs einzigartige 3D-Drucker, die sich stark von herkömmlichen Konzepten unterscheiden. Bleibt daher dran, hier bei Yantek. 3D Printopia, auch bekannt als East Coast WebRap Festival, findet jährlich im Harford Community College in Bel Air, Maryland, USA statt. Für die Reise habe ich mich mit Hendrik vom Electroplating-Kanal getroffen. Gemeinsam haben wir an den Tagen vor und nach dem Event einen Teil der Ostküste erkundigt, von Philadelphia und Washington DC bis nach Annapolis. Am Stand von Hendrik habe ich auch ein paar meiner Projekte ausgestellt. Nun aber zu spannenden 3D-Druckern auf dem Event. Beginnen möchte ich mit dem Stand von Carl aka NUG3D Designs. Ihr kennt vielleicht seinen White Knight Open-Source Belt Printer. Dieses Jahr ging es jedoch um ein anderes Thema, das Tuning und Upgraden von alten DaVinci-3D-Druckern. Dafür hat Carl die Kinematik des Warren Trident an den Rahmen des DaVinci-Druckers angepasst, was dem Projekt aus seinem Namen gab. Vorinci. Leider können nicht wirklich viele Teile aus dem ursprünglichen Drucker behalten werden. Das Bett zum Beispiel ist individuell gefräst und selbst die Motoren mussten ausgetauscht werden. Immerhin kann das bestehende geschlossene Gehäuse weiterverwendet werden, was sich wirklich lohnen kann, wenn man bedenkt, dass ein Aluprofilrahmen und zugeschnittene Acrylplatten schnell mehrere hundert Euro kosten können. Mir gefällt die neue Kinematik und das moderne Clipper-Interface im Retro-Gehäuse sehr und auch die Druckqualität war überzeugend. Die Dateien für den Umbau werden bald Open Source veröffentlicht und diesmal hat Carl glücklicherweise Fusion 360 benutzt, anders als beim White Knight Belt Printer, der noch komplett in Microsoft 3D Builder konstruiert wurde. Ein weiteres Highlight des Events war der Prometheus, ein Open Source MSLA-Drucker. Das Team hinter dem Projekt namens ContraPosto Shop hat dafür neben der mechanischen Konstruktion auch noch ein eigenes Controllerboard sowie Front- und Backend für die Clipper-Firmware entwickelt. Das User-Interface hat auf mich einen sehr guten Eindruck gemacht und scheint sich vor allem durch modernes Design und maximale Anpassbarkeit auszuzeichnen. Besonders spannend sind einige Features, die man bei herkömmlichen SLA-Druckern selten sieht. Zum Beispiel hat die Druckplattform Wegezellen integriert, um unter anderem erkennen zu können, wann die Druckoberfläche das Resin berührt oder ob der Druck noch an der Platte haftet. Auch die Demo, bei der die gemessene Kraft auf einem kleinen Display geplottet wurde, hat mir sehr gut gefallen. Ein weiteres spannendes Detail ist, dass der Prometheus aus vielen 3D-gedruckten Teilen und Normkomponenten besteht, was ihn anpassbar und upgradbar macht. Selbst die Größe des Druckers lässt sich flexibel wählen. Solche modularen, individualisierbaren Lösungen sind bei SLA-Geräten wirklich selten zu sehen, was diesen Drucker meiner Meinung nach sehr spannend macht. Am Stand von LDO Motors gab es neben den üblichen Voron-Maschinen einige Positron-Drucker. Dabei handelt es sich um ein Open-Source-Projekt, das von Kralin 3D gestartet wurde und mittlerweile ein ganzes Team hinter sich hat. Kern-Feature ist die kompakte Bauweise und ein beeindruckendes Verhältnis von Druckvolumen zur Gesamtgröße. Das ist auch der Grund, warum der Drucker falsch herumdruckt. Der Positron ist so kompakt, dass er in einer Filamentbox transportiert werden kann. Perfekt also, um unterwegs oder auf Messen zu drucken. Auf dem Event sind sogar Leute mit diesem Drucker auf dem Rücken als Backpack-Printer herumgelaufen. Positron setzt auf einige maßgeschneiderte Teile, wie ein dreieckiges Control-Board, das den geringen Platz im Drucker optimal nutzt. Spannend ist auch das transparente, beheizte Druckbett. Dadurch kann man die erste Schicht des Druckers von oben genau beobachten. Ein weiteres Highlight ist das rechtwinklige Hotend. Dieses spezielle Design ist wesentlich kompakter und sorgt ganz nebenbei für eine größere Heizfläche. Anhand dieses großen Modells wurde mir erklärt, dass das Hotend aufgrund der größeren Fläche Highflow-Eigenschaften hat und dass das Material so nicht wie üblich durch die Gravitation aus der Düse läuft. Selbst abends in der Hotellobby habe ich einige Leute an ihren Positrons Schrauben sehen, was mich selbst dazu motiviert hat, einen zu bauen. LDO bietet dafür einen Bausatz an, den Link findet ihr in der Beschreibung. Sehr spannende technische Filamente gab es am Stand von Siraya Tech. Den Gründer, Marc, habe ich auf dem Rocky Mountain Rap Rap Festival im Frühling kennengelernt. Er hat auf dem 3D Printopia einen sehr spannenden Vortrag über Sicherheit beim 3D-Drucken gehalten und dabei über einige Mythen aufgeklärt. Siraya Tech war so freundlich, einen Teil meines Trips zu diesem Event zu sponsern. Einige von euch kennen vermutlich die Resins für SLA-Drucker von Siraya Tech. Was viele nicht wissen, ist, dass sie auch einige technische Filamente für den FDM-Druck anbieten. Am Stand wurden ASA-GF, PA-HTCF, PET-CF und ein flexibles TPU-85A gezeigt. Die Materialien versprechen sehr gute mechanische Eigenschaften und werden zu guten Preisen angeboten. Die Beispieldrucker haben mich sowohl optisch als auch von der gefühlten Festigkeit sehr überzeugt. Außerdem hat mir Marc ein sehr spannendes Filament mitgegeben, dass außen ein normaler Kunststoff ist und innen einen Kern mit 25% Carbonfasern hat. Es verspricht maximale Steifigkeit, bessere Schichthaftung und isoliert dabei die Fasern von der Außenseite. So werden die Druckteile sicherer, da man beim Anfassen keine Fasern in die Haut bekommen kann. Falls ihr den Test dieses Filaments nicht verpassen wollt, abonniert jetzt schon mal gerne meinen Kanal. Nun zum Stand von Princeps, wo diese kleinen Fließbanddrucker ausgestellt wurden. Das Projekt mit dem Namen Babybelt wurde von Rob Mink ins Leben gerufen. Mittlerweile gibt es eine Pro-Version, diese wurde am Stand gezeigt. Die Hauptziele bei der Entwicklung des Druckers waren es ihnen möglichst einfach, günstig und kompakt zu halten. Um dies zu erreichen, werden viele 3D gedruckte Teile verwendet. Die Motoren sind wirklich winzig, hier mal ein Maker-Chip mit 4cm Durchmesser zur Referenz daneben. Falls ihr euch nun fragt, warum das Band solche Motive hat, das liegt daran, dass dieses aus Baumwollstoff hergestellt wird. Dafür wird ein beliebiger Stoff einfach auf ein Patch gebügelt, um ein endloses, verbundenes Stück zu erzeugen. Auf mich wirkten die Babybelt-Drucker zunächst etwas instabil. Die Qualität der gedruckten Bauteile war dennoch sehr gut, um ehrlich zu sein, besser als ich erwartet hätte. Der größte Vorteil dieses Designs ist natürlich, dass man trotz der kleinen Fläche theoretisch unendlich lange Bauteile drucken kann. Weitere Infos zu dem Projekt gibt es auf GitHub, Link in der Videobeschreibung. Bleiben wir beim Stand von Rob, wo ein weiterer spannender Fließbanddrucker gezeigt wurde. Die Basis für das Motion System bietet das Voron Flying Gantry. Dieses wurde so modifiziert, dass es sich um bis zu 45 Grad neigen lässt. Der Drucker bietet dadurch viele verschiedene Möglichkeiten. Zum einen kann er als normaler Core-XY-Drucker verwendet werden, nur dass sich die Bauteile nach dem Druck vom Fließband automatisch auswerfen lassen. Somit ist eine vollautomatisierte Massenproduktion möglich. Außerdem kann der Drucker als klassischer Fließbanddrucker eingesetzt werden, mit unendlicher Z-Länge. Der Winkel, mit dem gedruckt wird, lässt sich auf bis zu 45 Grad beliebig einstellen. Somit ist insgesamt ein nicht planarer Druck möglich. Auf dem Stand wurde beides in einem G-Code kombiniert, wobei der Drucker abwechselnd als normaler Core-XY und als 45 Grad Beltprinter gedruckt hat. Auch wenn die Drucke hier einen starken Layer-Shift haben, denke ich trotzdem, dass dies ein sehr spannendes Konzept ist. Würdet ihr euch solch einen Drucker bauen? Und wenn ja, was würdet ihr damit drucken? Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Nun aber zum letzten Drucker in diesem Video, dem Quadrupola-Express. Diesen habt ihr vielleicht schon mal gesehen, denn er wurde von Nathan from YouTube-Kanal Nathan Builds Robots gebaut. Wie der Name schon sagt, arbeitet dieser nicht mit kathesischen, sondern Polarkoordinaten, bei denen jeder Punkt in einem zylinderförmigen Raum eindeutig durch einen Radius, Winkel und Höhe bestimmt wird. Dafür rotiert das kreisförmige Druckbett. Heizelemente und Sensoren werden übrigens per Schleifkontakt realisiert. Der Drucker hat vier unabhängige Arme, was Multimaterialdruck oder das Drucken von vier Objekten gleichzeitig ermöglicht. Auf dem Kanal von Nathan findet ihr ein detailliertes Video zu diesem Projekt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schreibt mir gerne eure Meinung zu den Druckern in die Kommentare und lasst mich wissen, welches Event ich als nächstes besuchen soll. Hier könnt ihr den Kanal nun abonnieren und weitere Videos von mir ansehen.